so da sind wir schon wieder bei der nächsten aufgabe nämlich lande mitten auf verschiedenen zielscheiben wie ihr seht ich habe schon zwei von drei gemacht aber das ist alles kein problem ich werde euch natürlich jetzt in der runde zeigen wo ihr über landen müsst ihr seht es aber auch auf dem thumbmail also wie gesagt wenn ihr euch das genau anguckt seht ihr auch schon wo ihr hin müsst wie gesagt zwei habe ich jetzt eben schon geholt allein schon bei den anderen aufgaben ich habe es nur gesehen habe da kommt flieg schnell hin hast du das schon mal zum teil gemacht mir fehlt jetzt nur noch der eine in der wüste und ihr wisst ja ladebildschirmzeit ist like zeit kommentiert zeit wenn du noch kein abonnent bist hau gerne jetzt ein abo raus wenn ich dir schon mehrmals helfen konnte oder wenn ihr der kanal an sich ganz gut gefällt wie gesagt fifa ist jetzt auch mit dabei und ihr seht ihr unten uns fehlen jetzt noch sieben abonnenten zu den 320 abonnenten und dann kommt unten auch schon die nächste zahl vom passive code dazu wie ihr den dann einlösen könnt und knacken können bevor alle zahlen da stehen weil bis jetzt war jedes mal fertig wo nur noch hinten zwei fragezeichen waren aber ihr könnt es natürlich früher auch schon probieren vielleicht habt ihr das glück und gewinnt so die zehn euro so dann kurz wir müssen gerade selber noch mal gucken nicht dass ich euch quatsch erzählen einmal jetzt hier landen dann ist einmal der landepunkt warte mal sieht man den nicht der ist einmal hier dazwischen und der andere ist selber gucken nicht dass ich euch quatsch erzähle der ist hier im tag stadt hat schon warte mal sieht man es so naja man sieht jetzt nur den der in der nähe ist es kann natürlich auch sein weil ich den schon geknackt habe den anderen dass es deshalb so ist aber noch mal kurz zu dem code zurück zu kommen unten wegen der zehn euro weil da werde ich doch öfters gefragt wie funktioniert das denn wie gesagt guckt euch wirklich das video an was ich in der video beschreibung drin habe und guckt es auch zu ende an weil da erkläre ich halt wirklich genau was ihr machen müsst im prinzip müsst ihr nicht viel machen nur abonnent sein dann auf paysafe.com gehen gucken ob der code noch aktiv ist und dann habt ihr dann eigentlich auch schon geknackt und dann müsst ihr halt so schnell wie möglich irgendwas kaufen am besten für 10 euro so zack aufgabe fertig wie gesagt ich zeige es euch jetzt nochmal einmal hier wo ich jetzt bin dann müsst ihr hier seht ihr die zwei häuser da und da und dann hier unten dazwischen da ist die andere zielscheibe dann geht das mit der maus einfacher ja also wie gesagt ne gar nicht warte bin ich jetzt so irritiert da zwischen den zwei schluchten aber die zwei schluchten sind ah hier müsst ihr hin sorry dafür hier ist das hier habe ich die warte mal da ist die spitze wir haben die sind hier auf der map markiert das problem ist weil ich schon da war also hier unten aber ihr werdet es sehen sobald ihr da drüber seid ihr habt ja gerade gesehen wie groß das ganze ist und das andere ist definitiv hier unten also das weiß ich 100% ich wollte heute eben da gelandet bin oder hier ist das also auf jeden fall ihr seht es wenn ihr von oben runter kommt und damit würde ich sagen passt das auch damit wie gesagt das bild davon mache ich euch nochmal als Thumbmail von daher macht euch da mal keine Sorgen und wie gesagt wenn ich euch weiterhelfen konnte gerne ein Abo dalassen und in dem Sinne würde ich sagen haut rein und bis zur nächsten Aufgabe dann geht es um dann geht es um dann geht es um